So Leute, ich bin es wieder, euer Demzirmafix bei dem WM-Tippspiel hier. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen und ich habe das jetzt ein bisschen anders vor, weil mir aufgefallen ist, dass ich nicht jeden Tag wirklich Zeit habe, hier die Ergebnisse reinzutippen. Habe ich jetzt einfach alle meine Tipps von der Vorrunde hier einfach schon zusammen gemacht. Ich denke, das geht eh viel schneller. Und dann, wenn wir zum Abfinale kommen, machen wir eben ganz schnell alle vom Achtelfinale, dann alle vom Viertelfinale, vom Halbfinale und dann Finale und spielen im dritten Platz. So, ja, gestern war ja der teure Sieg von Deutschland, ey, 4-0, Leute. Ich glaube, ich habe auf den 2-1 von Deutschland getippt. Ihr seht hier alle Ergebnisse von mir. Also Leute, ich habe wirklich auch keins im Nachhinein bearbeitet. Zum Beispiel, Leute, Uruguay verliert 3-1 gegen Costa Rica. Das war traumatisch und ich habe, glaube ich, überall fast gegen Costa Rica getippt. Ja, hier 2-0 auf Italien habe ich getippt und dann am Ende 0-1 auf England. Ey, Costa Rica, für mich die Überraschung. Also ich muss sagen, ich habe hier wirklich sehr wenig richtig getippt eigentlich. Jetzt am Anfang nicht gut, dann weniger gut. Aber zum Beispiel Argentinien, Bosnien habe ich zum Beispiel richtig getippt, also komplett richtig. Übrigens, also nochmal zu denen, wie am Ende Punkte verteilt wird. Also das ist ja eigentlich nur für mich. Für ein richtiges Ergebnis, also alles richtig, zum Beispiel hier 2-1 Argentinien ist 2-1, gibt es 3 Punkte. Wenn die Differenz richtig ist und das Spiel richtig ist, dann gibt es 2 Punkte. Zum Beispiel bei USA, Ghana habe ich nur 1-1 USA getippt und sie haben 2-1 gewonnen. Das heißt im Endeffekt, ein Punkt, äh, dann 2 Punkte für mich. Und wenn man einfach nur tippt, der gewinnt und beispielsweise, schauen wir mal, Deutschland, habe ich ja 2-1 getippt, dann gibt es 1 Punkte. So, ist das bis jetzt. Heute kommt ja dann die letzte Gruppe auch mal zum Einsatz hier mit Belgien und so und Brasilien spielt heute wieder. Also bin dann gespannt, was so wird, Leute. Natürlich, Deutschland war gestern, oh, es war so schön, Leute. Äh, kurz zu dem Spiel, weil zu dem muss man schon mal sagen, Deutschland hat ja am Anfang echt geil gespielt. Dann kamen sie, waren sie 2-0 vorne und dann hätten die eigentlich aufholen können. Dann gab es so ein paar Chancen, hätten die da Tore geschossen, die Portugiesen. Dann hätte es nochmal knapp werden können und dann haben die einfach komplett gebrochen. Ey, Pipi, ganz ehrlich, das ist so ein super Verteidiger, aber der ist so strunzdumm. Jeder, immer bei wichtigen Spielen bekommt da rote Karten und ja, das ist furchtbar. England, Italien, warte, was, da, was habe ich da getippt? Da bin ich mir gerade nicht sehr, ich habe Italien 2-0 getippt. Äh, okay, da war ich nicht so, aber fast eigentlich so. Elfenbeinküsse Japan, ich, ich glaube, ich habe überall gegen Elfenbeinküsse getippt. Da bin ich mir jetzt aber auch nur so sicher. Ich mag Elfenbeinküsse nicht. Elfenbeinküsse gönne ich, dass sie überall rauffliegen. Und Algerien in der letzten Gruppe. Algerien habe ich überall, glaube ich, 2-0 gegen die getippt. Ähm, ja, Leute. Zumindest wir sehen ja dann am Ende der Vorrunde schon mal, wie viele Spiele wir richtig getippt haben. Und dann mache ich nochmal so eine Übersicht, was ich so richtig getippt habe. Ähm, das heißt, wir sehen uns wahrscheinlich so, schauen wir mal aufs Datum. Ähm, hier am 28. Das heißt wahrscheinlich so am 27. oder 26. Äh, Juni. Ähm, ja, ich schaue hier gerade am 26. Juni. Das letzte Spiel ist wahrscheinlich am 27. Juni. Kommt dann im Video mal mit der Übersicht so, wie weit wir sind, wie viel richtig wir getippt haben. Und ja, Leute. Ich denke, dann sehen wir uns mal wieder. Dann hier seht ihr alle schönen Ergebnisse, wenn ihr euch hier anschauen wollt. Und ja, Leute. Ich war's heute im Smurfix. Bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal, wie wir getippt haben. Und eins noch. Holland, Spanien. Ganz ehrlich, Leute. Das war, würde ich sagen, fast die größte Überraschung bis jetzt. Also, nicht, dass ich es Holland nicht zugetrat habe. Ich hab's mir gewünscht. Aber ich hätt's nie was gedacht. Naja, Leute. Ich verarschne mich jetzt. Ich war's heute im Smurfix. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.